letzten Aufenthalt am Meer. Draußen absolut recht. Finden Sie das nicht auch? Sehr, sehr schön. Auch noch mal ein bisschen größer natürlich gearbeitet, sodass der auch schöne Leistung bringt. Gerade das Display oben, dieses Runde, sehr elegant nochmal. Also traumhaft schön. Kann ich mir auch wälzen, sich hin und her und man kann nicht einschlafen. Das ist so eine richtige Qual. Man schläft dann vielleicht nur ein, zwei Stunden. Sie sehen es jetzt vielleicht auch schon. Wir steigern uns hier in der Leistung, in der Größe. Wir werden jetzt immer größer, weil viele Menschen, huh, haben natürlich auch... Es gibt viele, die natürlich dann auf Klimaanlagen auch dann etwas schwierig reagieren, wenn sie auch sensibel sind, wenn sie sagen, ich möchte da wirklich eine angenehme Kühlung haben, aber ich möchte, ich brauche es auch, diese Kühlung. Weil bei der Hitze, viele sind da wirklich gestresst von diesen warmen Temperaturen. Es gibt auch viele, die zum Beispiel bettlägerig sind und dazu habe ich auch schöne Kundenzuschriften bekommen. Hier zum Beispiel von der Erika, die hat uns geschrieben, sie schreibt dann auch, sie ist eine Alternative zur Klimaanlage, wie wir gerne sagen. Und das haben auch schon viele Kunden übrigens erkannt. Ich habe so viele Zuschriften bekommen. Anne, was ist denn hier los? Der hat uns das Luftkühler, der macht, wir schaffen, zu schaffen. Uiuiui. Ja, nee, die Kunden sind begeistert von diesem tollen Gerät, das wir hier für sie haben. Auch hier wurde unter anderem... Und Sie haben hier das Gerät jetzt. Groß, leistungsstark, geringer Energieverbrauch mit Rollen. Ganz einfach auch hin und her zu rollen im Zimmer oder ins andere Zimmer mal. Passt sie hinein, das ist natürlich enorm. Es ist sehr komfortabel natürlich auch. Dann können Sie auch hier dieses kleine Symbol einstellen. Das ist ein kleiner Tannenbaum. Und das ist der zuschaltbare Ionisator, der eben dafür sorgt, dass Ihre Raumluft mit wertvollen Anionen angereichert wird. Können Sie natürlich auch hier ganz bequem von der Fernbedienung aus steuern. Und dieser Ionisator sorgt natürlich für ein angenehmes Raumklimasylung bis in die Tiefe des Raumes. Es ist eine technologische Neuheit 2020. Eine brandneue Liga. Selbst wenn Sie schon einen Verdunstungsluftkühler haben, kann ich Ihnen nur empfehlen, testen Sie den auch noch anrufen und sich die beliebten Luftkühler sichern. Das größte Modell für Sie jetzt hier, das hat ordentlich Leistung. Ja, wir reden hier von 180 Watt und ein Verdunstungsvolumen von 3000 Milliliter pro Stunde. Da passen jetzt hier sogar 35 Liter Wasser hinein. Hier sieht man auch nochmal die großzügige Fläche. Also da ist wirklich an alles gedacht. Ja, also bitte schnell sein, der macht hier ordentlich Wind, du. Ja, wenn auch Sie die kühle Brise zu Hause haben wollen, ordentlich Wind kühlen.